Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Evil Within 2 mit mir den Simon. Wir kämpfen gerade gegen Stefano. Wo ist der, wo ist der, wo ist der, wo ist der? Okay, ich hab ihn erwischt. Ich hab ihn erwischt. Aua, er hat auf mich geworfen. Ähm, wir kämpfen gerade gegen Stefano, hab ich gerade gesagt. Er macht uns gerade ein bisschen fertig. Scheiße. Fuck, ich hab doch geschossen. Oh, Alter. Der macht uns heftig fertig, ich hab keine Spritze mehr. Der muss auch mal fair kämpfen, der Typ. Wo ist der? Okay, da ist er. Man muss halt schon aufwarten, bis der irgendwas macht. Das mit dem Foto hab ich schon wieder nicht gesehen. Ich find's aber cool, dass es ein bisschen minimalistischer jetzt ist. Wir kämpfen einfach gegen Typen und nicht gegen eine krasse Kreatur. Ähm. Find ich schon ganz angenehm eigentlich. Ich hab so viel Heilung bis jetzt schon gebraucht, ne? Kann ich einfach so weglaufen? Alter! Achso, ich dachte, jetzt macht der irgendwas, weil er was gesagt hat. Verdammt. Ja, komm her, Alter. Oh mein Gott, das kann man nicht... Bin ich tot? Ne, bin ich gar nicht. Ist einfach in Rot geworden. Hab ich noch? Ne, ich hab nix mehr. Ja, der Typ ist aber auch echt nervig. Er ist wirklich tot. Ja, wow. Ah, ja, wow. Also, es war jetzt irgendwie ein bisschen doof. Okay, ich darf aber einfach wieder anfangen. Okay, ja, lass mich nur wenigstens kurz in Munition holen. Danke. Zwei Shotgun-Schuss haben wir. Hier war auch noch Muni. Danke. So, ich werde einfach erstmal die Shotgun für ihn brauchen. Oder? Die Pistole einfach. Macht auch mehr Sinn irgendwie, ne? Pistole ist halt für Range ganz gut. Ich kann ihn so einfach nicht abknallen, ne? Das hatten wir schon probiert. Ihn halt einfach abzuknallen. Eigentlich muss ich meine Kamera vielleicht schneller einstellen. Ansonsten laufe ich einfach so rückwärts vor ihm, ne? Wo ist er? Da. Okay. Das war auch gut. Also, er kann entweder das so werfen. Oder halt ein Foto machen. Ja, geht los weg, alle. Er teleportiert sich halt woanders hin, wenn er das Foto macht. Das ist zum Beispiel das Problem. Aber sobald er das Foto gemacht hat, sind wir, glaube ich, am Arsch. Ich kann ihn so nicht abknallen, ne? Doch, kann nicht, lol. Oh Gott. Hä? Manchmal geht das. Gerade hat's nicht geklappt. Komisch. War er gerade wohl aus Luck schon in einem anderen Modus? Vielleicht wollte er gerade werfen, tatsächlich schon. Naja. Okay. Du musst doch mal irgendwas machen, ein bisschen, ne? Stefano. Kannst du nicht nur immer... Wo bist du? Doch, kann ich. Wo ist er denn? Er macht seine Kamera fertig. Oh Gott. Du hast ein Arschloch. Ach, was für ein Arschloch. Das mit dem Pitcher, der hat sich genau in eine Mauer eingestellt. Das hat geklappt, okay. Ich weiß auch nicht, wann das klappt und manchmal nicht. Wo bist du? Arschloch! Okay, jetzt nämlich die Shotgun, du Arsch. Einmal musst sicherstellen, dass es auch trifft, ne? Ich hab's ja getroffen. Okay. Okay. Das waren ein paar Schüsse. Aber jetzt kommt wahrscheinlich Phase 2 oder sowas. Oh, oh. Zweite Bossphase. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Was soll ich denn jetzt machen? Oh, jetzt kommt er an. Fuck! Ich hab nix mehr. Fuck! Lol! Er killt mich einfach fast. Ähm. Okay, jetzt ist First Eight God. Boxmull. Mit Abstand, dass alle, aller... Oh Gott. Was zum Teufel sind diese Dinger? Okay, cool. Ich hab nix mehr. Hab ich noch einen anderen Waffentyp, wo noch... Da sind noch drei Schüsse drin. Okay. Das ist schon mal nice. Waffentyp, wenn dann... Da hab ich doch irgendwo gerade mit nachgeladen. Kannst du bitte aufhören? Wo bist du? Wo ist das denn? Ah. Ah. Uiuiui. Ach komm! Tot? Wie, bin was tot? Oh, lol. Okay. Hau halt wieder raus mit deinen komischen Tentakeln, Scheiße. Ich... Oh Gott, ich hab doch nichts mehr, Alter. Okay, jetzt muss ich aber richtig abgehen. Wo bist du? Wo bist du? Oh mein Gott. Der ist nicht tot? Du musst tot sein. Ich... Ich hatt nix mehr. Oh nee, das muss ich jetzt wirklich tausend Jahre machen, bis ich... Oh, ich werd sogar hingespawnt. Das ist aber nett vom Game. Ich hab halt nix. Das ist so ein bisschen das Problem. Aua. Ist doch Aua. Da ist noch Muni. Eigentlich muss ich ja genug Muni rumliegen, dass man das selber einfach machen kann. Also hier muss genug Muni rumliegen, dass ich ihn töten kann. Dann ist ich, glaub ich, am Arsch. Oh, guck mal. Da war noch eine Spritze. Ach komm. Arschloch. Nein, ich hab ihn doch. Bin ich tot schon? Tatsache. Ich lebe noch. Haha. Okay, wann gibst du bessere Zeit für einen ersten Lippe-Koffer als jetzt? Scheich nie. Affe. Ja, komm her. Mann, ey. Das ist auch... Das ist schwer, so einen Boss zu verhalten. Ah, geh doch weg. Der hat eigentlich keine Chance mehr, oder? Ah, geh weg. Oh, ich bin tot. Oder was? Ja, okay, probieren wir das nochmal. Okay, wir müssen halt einfach nur get good. Das ist halt das Wichtige. Da ist es halt, ja... Steuern mit dem Controller, dies, das. Muss ich jetzt wieder nochmal alles einsammeln? Ah, Tatsache. Ich muss erst den Walk of Shame machen, als einsammeln. Alter, das war knapp. Es geht ab. Oh, fuck, Alter. Dieses Niesen, ne? Tut mir leid. Davon muss ich gerade pausieren. Okay, ähm... Ich find's cool, wenn die Blätter sich ändern. Äh, geh weg. Oh. Oh. Okay. Ah, nein. Oh, nein. Äh, was? Alter. Hab ich durch die Wand angegriffen. Ja, ich muss jetzt noch eine Spritze nehmen. Ah, Gott, ey. Alter. Okay, das kann ich mir ja nicht surrendern, oder? Ich hab mir noch gar keinen Schaden gemacht. Müssen auf jeden Fall Headshots machen. Die Silopatien ist so nervig, Alter. There will be nothing left of you when I'll be done. Ach, was ein Arschloch. Oh, Mann, ey. Ugh. Ja, keine Ahnung. Ist halt... Was in einem Videospiel. Ich geh mal hier lang, ne? Aber das ist eigentlich immer Quatsch. Was geht ab? So. Was hat der jetzt denn geworfen? Ah, nein, nein! Oh, Gott. Okay, dafür muss man eigentlich die Shotgun auswählen. Alter, komm, hör auf mit diesem Scheiß. Ich chill einfach ein bisschen. Okay. Kann mir nix anhaben. Oh, Gott. Ja, geh weg. Jetzt macht er dieses, ne? Äh. Manchmal macht er dieses ganz komische. Ich will da eigentlich, muss ich Headshots machen, ne? Ich will mich nicht erwischt, witzigerweise. Ah. Oh, oh. Dodge. Das war daneben. Oh, Gott. Alter, das war mega knapp. Ja. Macht er jetzt? Er ballert wie diese komischen Dinger rein. Okay, und jetzt teleportiert er sich wieder. Okay. Ich hab auch noch meinen Nahkampf-Scheiß, ne? Ob ich den mal irgendwann einsetzen darf? Okay, ich hab wieder ein bisschen Ausdauer. Bist du? Da, er kommt wieder nah ran. Äh. Was war daneben? Alter, das ist so schwer. Irgendwie einigermaßen. Komm, mach deine Attacke. Und dann kann ich vielleicht Nahkampf machen, mal. Ah, ah. Das wollte ich machen. Ich hab noch... Ich hab noch... Oh, Gott. Was meint der dann? Okay. Ich weiß überhaupt nicht, ob mich das überhaupt treffen kann. Das sieht irgendwie nicht so mega danach aus, als könnte ich das treffen. Oster, oster, oster. Oster, 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 oster. Okay. Was? Oh, was? Oh mein Gott, das waren zwei Shotgun-Schüsse. Das war richtig dumm. Oh mein Gott. Er muss gleich tot sein, ne? Leute. Oh? Er diffusiert sich einfach. Unfair. Okay, ich hab sogar noch meine Spritze. Immerhin. Jetzt hab ich wieder nix. Scheiße, Mann. Also, ja doch, ich hab noch die abgesägte, ne? Okay. Und, äh, Waffentyp wechseln. Ich wechsle auf die hier. Oh, da muss man aufpassen, wenn er sich da hinten hin teleportiert. Okay, der kommt da an. Ich hab nichts mehr, nicht mehr viel zum Laufen. Ach, komm. Das hat mich wirklich getroffen. Okay, du musst tot sein. Ja, du musst tot sein. Alter, wie lange. Auch, ne? Ich hab gedacht, das trifft mich. Kann mich... Ich glaube... Hier hinten... ... bin ich doch recht safe schon. Okay. Oster, oster, oster. Okay. Lauf, lauf, lauf. Oh, Gott. Oh, mein Gott. Ja? Oh, mein Gott, war der nervig. Alter. So, mein letzter Shotgun-Schuss, ne? Guck mal, ging doch eigentlich, ne? Das hat jetzt richtig lang gebraucht, aber... Ja. Ich hab nix ausschneiden müssen. Der Vorgang fällt. Hör, hab ich ihn jetzt. Hab ich ihn jetzt echt gekriegt? Der war nervig. Ja, aber du bist mir auf die Eier gegangen. Du hast mein Legit. Schau an mich. Du hast mich in einem Master gemacht. Oh, lol. Du musst es recordieren. Wenn ich nur meine Kamera hatte. Wo ging es? Sie? Ihre Kamera? Ist das... Unser... Ist die Kamera unser Kind? Oh, oh. Pass auf. Nein, warum machst du denn? Warum... Oh, Stefano, Alter. Äh, Sebastian. Oh, Gott. Oh, oder auch nicht. Oder auch kein Foto. Lilly! Don't be afraid, Honey. It's me. Dad. No. No, you're not. Dad is dead. Dad is dead. Oh, mein Gott, Lilly. Hat die jetzt Angst vor uns? Oh, sie ist weg. Honey. Ich weiß, das ist, was sie dir sagten. But it's not true. Lilly. Please. I... Come out, Lilly. Ich hab ihn wirklich getötet, oder? Ich dachte jetzt nicht, dass das tatsächlich im Theater passiert. Oh, oh. Was passiert denn jetzt? Oh, oh. Wow, Ruden! Rurik! Lol! Er! Ach so, das meint er mit ihnen. Zur... Oder auch nicht. Myra. Get away! You can't have her! Wow! What? Von wegen... Das ist das wie Ruben. Oh, Gott. Oh, sie macht das. Von ihr ist das Ding. Oh, shit. Das Vieh, das kennen wir schon. Myra, unsere Frau? Das ist übel, das Familien-Ding hier. Sie ist einfach... Oh. What the fuck? Oh, mein Gott. Ich bin so froh, dass ich das geschafft habe. Alter, das war aber auch echt ekelhaft, weil man halt... Das sah eigentlich schleicht aus, aber... Das... Das ist nervig mit dem Hin und Her, mit dem... Mit dem Controller-Steuerung und so. Das ist halt nicht für sowas ausgelegt. Vor allem, weil er sich so häufig teleportiert hat. Mit der Maus kann man ganz easy in alle möglichen Richtungen gucken, aber mit dem Controller... Uiuiui. Oh, ich bin in meinem Büro. Und jemand anderes wird dort drinnen für dich sein. Die Rückblende. Ja, geil. Warte, da war was. Ich werde schweigen, wenn sie mich hineinlassen. Shit. Was? Okay, es ist auf jeden Fall nicht vorbei, aber wir haben ihn umgebracht, Alter. Wir haben Stefano umgebracht. Kapitel 9. Ein anderes Übel. Wir haben ihn umgebracht. Ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt da auf ihn ausläuft. Ey. Meine Sammlung von Stuff. Die wir fester gemacht haben. Da fehlt noch was von Skyrim, ne? Oh mein Gott. Ich hoffe, das habe ich nicht übersehen. Ich hoffe, das kommt vielleicht noch. Irgendein kleines Gimmick von Skyrim. Gott, Alter. Ich habe nichts mehr an Muni. Zwei Shotguns ausgewählt. So. Oi, 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 oi. Ja, die meisten sind tot. Oh, nee. Obwohl, geht gar nicht. Eigentlich sind es nur zwei tot, ne? Von wegen. Das sind überhaupt nicht die meisten. Sieht ein bisschen anders aus hier, ne? Sieht ein bisschen real aus. Wow. Warte, was ist denn da hinten? Wow. Oh. Na, Alter. Warum? Warum ist meine Myra hier, Alter? Die ist da auch irgendwie weg. Aber nicht tot, sondern einfach nur weg. War die hier... Die haben die hier auch reingelassen? War das deren ersten Plan? Oder wie haben die als erstes gesagt? So, ja. Warum vor allen Dingen sagt die, du kannst die nicht haben? Das ist meine... Das ist einfach meine fucking Frau. Oh. Was hat die gegen mich? Und... Jetzt mal ganz ehrlich. Ich bin... Ich hab... Das ist mein Kind. Ich hab 50% Anteil an diesem Kind. Gehört mir. Where's the mirror? Oh, das erste Mal, dass er diesen Spiegel tatsächlich irgendwie so anspricht, ne? What the fuck? Untersuchen. Das machen wir später. Lass uns erst einmal speichern damit. Oh Gott. Lass uns sowas von speichern. Nicht, dass irgendwie... Dass ich das normal machen muss, die Scheiße. Krass. Ich hätte echt nicht gedacht, dass wir den Typen einfach jetzt... Bekämpfen und den killen können. Hätte ich nicht gedacht. Aber nice. Hätte sich fairen Kampf gegen uns gestellt, tatsächlich. Außer mit diesem Teleportieren. Das war... Nervig as fuck. Okay, hier ist auch nix. Die Tür ist auch weg, ne? Die Tür zum Minispiel. Kann ich mir Munition herstellen. Ich hätte gern ein bisschen Shotgun-Muni. Ganz ehrlich, einfach nur... Weil... Shotgun... Also es hat, glaube ich, schon super viel Schaden an den Typen gemacht. Waffenvermessung habe ich, glaube ich, nicht genug Waffenteile, oder? Wenn ich jetzt sagen will von meiner Shotgun irgendwie... Ne, habe ich nicht genug, habe ich nicht genug. Warte, 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 warte. Wir gucken erst mal, vielleicht habe ich ja noch genug... XP habe ich für den Typen überhaupt nicht bekommen, ne? Da war es ein Bus! Ich konnte den Typen nicht looten. Hey, von wo kommst du? Habe ich Schlüssel? Ne, oder? Sollte das hier nicht irgendwo stehen, habe ich Schlüssel? Zwei Leichenschrank-Schlüssel? Lol, Alter, der Vergangenheits-Simon war fleißig. Okay, was habe ich schon aufgemacht? Das alles, das alles... Ich bin hier noch nicht nach unten gegangen, ne? Drei Harpunen-Bolzen. Das ist aber nicht mega viel. Drei Spritzen, hui. Okay. Ja, scheiße, jetzt habe ich zweimal B gedrückt. Ich hätte wahrscheinlich aber auch nichts leveln können, also fuck it. Stimmt, Bolzen hätte ich noch gehabt. Warum habe ich nicht Bolzen gegen den Typen eingesetzt? Obwohl, wahrscheinlich Bolzen mit den ganzen Aufladen, das wäre wahrscheinlich noch schlechter gegangen. Okay, gucken wir uns mal. Das ist Blut, oder? Oh, da ist Lidys Puppe. Wow. What? Wow. Was zum Teufel? Was? Wir sind jetzt in einem Dungeon? Wo ist dieses Ort? What the fuck geht denn? Und dieses... Was? Ist unsere Frau hier rein und ist verrückt geworden, oder so? Kann ich mich wieder... zurück teleportieren? Dieses Symbol sieht familiar. Wie ich es in der realen Welt gesehen habe. Okay. Wir sind... Das ist eine Grabkamera? Wow, what the fuck. Das sieht frisch aus. Ich schreie, ne? Okay, keine Ahnung. Also ich habe mit vielen gerechnet, aber dass es jetzt in die Richtung geht, hätte ich auch nicht gedacht. Ich habe ganz kurz schon gedacht, als ihr in den Tod gesehen habt, dass es wirklich vorbei ist. Aber das wäre bescheuert. Jetzt bringen die... Ich habe erst gedacht, auch Ruben, als sie gekommen ist, ne? Oh mein, das war so schlecht. Ruben! Ich wusste es! Und dann Myra? What? Ich bin voll. Das ist tatsächlich sehr ärgerlich, dass ich voll bin. Okay, mehr ist hier aber auch erstmal nicht auf den ersten Blick. Ich meine, hier eine schöne neue Statue versteckt. Könnte ich mir vorstellen. Ist aber nicht so. Tja, okay. Mega weird. Ich habe das Gefühl, wir kommen jetzt ganz andere Gegner auf uns zu. Ganz andere Monster. Wow. Willkommen, Siegfried. Du hast uns geholfen. Ich bin hier, um zu helfen. Hallo, Suche. Wer... Was war das? WTF-Suchen da? Was geht denn jetzt ab? Ist das jetzt der heilige Geist der... des Unterbewusstseins? Wo das hier alles stattfindet? Okay. Ich höre einen Vieh, glaube ich. Waffenteile. Also, dass hier noch Sachen sind, ist auf jeden Fall... Na, ich glaube, wir müssen hier noch schon kämpfen. Willkommen suchen, ne? Erstmal geht es um meine fucking Frau, die irgendwie dieses Schleimding da... Warum ist meine Frau nicht auf meiner Seite? Das ist das Wichtigste. Weil sie verrückt geworden ist? Aber das wäre eigentlich mega schade. Ich will, dass wir wieder eine Familie sind. Wie auf dem Foto. So eine richtig schöne Familie. Wow. So, der ist instant aufgehört, da zu brennen. Ähm... Ja, also... Was die ganze Scheiße hier soll... ...erfahren wir in der nächsten Folge. Oh Gott, eine eiserne Jungfrau. Typisch eiserne Jungfrau. Ich habe Explosi... Ich hatte Explosionspfeile. Oh. Ich hätte... Ich hätte mit Explosionspfeilen den Typen angreifen können. Hoppala. Naja. Geschehen ist geschehen, ne? Ähm... Ja, also, was hier unten abgeht, sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.